Du Hustner heute, Werni! Du, vorgestern bist du so schnell verschwunden her. Zwei Euro gekassiert und dann bist du abgeholt von mir. Aber die Zwei Euro hat mir sofort hintergekriegt. Genau, weißt du was du hast? Ich habe mir sofort hintergekriegt. Wir haben im Vierer die Jahresabschluss-Fahrer mit der Polizei gekriegt. Ah, ja. Ja, ich habe ihm wieder gehen müssen. Ja, das mache ich. Ja, mache ich, ja. Ja, tipptopp. Ja, unbedingt können wir mal ausmachen. Wir haben ja alles überbaut und so weiter. Tipptopp. Nein, wo ist denn der Hirtle heute? Du bist einer. Darf ich ihn wieder wegnehmen? Gib mir einen Schluck, bitte. Dankeschön. Ja, ja. Warte. Du hast mir das irgendwie da aufs... Da rechts. Da rechts. Ja? 26. Da ist 22 gesteckt. Da ist ja nichts drin. Aber eigentlich sieht man schon vor, dass das jetzt ist. Ja, brauche. Und wer bist denn du? Der Papa holen. Hä? Nein, ich bin besser. Das ist deine? Ja. Was ist denn? Scheiß mal, wenn man zum Beispiel... Wo hat er gekannt worden? Ja. Ja. Du verkühlter Werni. Grüß dich. Nein, Halleluja. Grüß dich. Halleluja. Ja, sag mal. Sag mal, es ist so leichter. Du hast so leichter. Du hast so leichter. Mit der Kraft der Kirche. Ja. Ah, geh, wieso sollen herfallen? Sie sind noch jung. Jawohl. Und schon schwarz. Dass du den Kerl da draußen. Schwarz ist ein bisschen ins Förder. Ja, oder? Ja, ja. Schwarz ist ein guter. Oh. Cari. Oh. Wir wollen nicht durchgehen. Hahaha. Hallo, ich will nicht durchgehen. Hallo, ich will nicht. Hallo, ich will auch noch. Wie immer die Sehrauber. Das war jetzt mal eine andere Kruipfrau für ein bisschen Dämpfer. Ja, ja, das freut dich natürlich auch. Jetzt bin ich ganz im Violett. Hallo, hallo. Jetzt habe ich gerade beide Hände voll. Da brauche ich dir was zum Einhängen, gell, nach Hause Hände nicht. Das ist auch hier auf dem Hut dabei. Ja, schon einmal. Ja, schon einmal. Das sehe ich dir einmal, wenn ich nachnehme, sonst sehe ich immer vorbeilaufen eigentlich, gell. Wie wenig hättest du, gell? Ja, wenig, ja. Soll ich mich schon mit dem Hund aussehen, soll ich mich mit dem Hund auch nicht mehr. Soll das? Soll das? Verlaut doch feiern, wir haben keine Zeit mehr für nichts. Stell dir vor. Ja, die Face-Tag-Warte, jetzt ist eh klar, gell. Das Frühjahrste, was das ist, wir haben sieben, drei oder sieben von der Hand weg, und dann können wir jetzt zurück auf den Ort kommen. Gell, alles, ist auch wursch. Ja, ja. Oder? Jetzt habe ich gestern nicht mehr so lange ausbleiben können. Ja, wir halten sie nicht aus. Ja, wer ist da mit den Fotos? Du musst ein wenig die Fotos wehren, wenn sie was wollt. Da ein Foto oder so. Ja. Muss ja du sagen, aufstellen und so. Grüße euch. Hallo. Bruno. César, jetzt machst du ein Foto? Ja, mach ein Foto von den Chef, wäre schön. Du möchtest? Ja. Du möchtest? Schau so hin, wo mein Eistock unter anderen Eistöcken steht. Ja. Und deiner ist wohl? Ist das der erste? So, dass man das lesen kann. Ich bin jetzt gerade am Video machen. Jetzt werden wir das schon machen, ja? Der Bruder macht's doch! Also, der Stock... Halleluja! ...hat ein Karton zu haben. Und das ist der stolze Besitzer. Ja, mach ich. Ja, warte, ich muss da noch ein Foto machen. Aber der Stirn wieder aufstellen, oder? Ja, halb jetzt. Okay, wir waren fertig. Wir machen Klacken vom Haus.